Hallo, willkommen zurück zu Let's Play The Witcher und es tut mir leid, wir sehen uns leider nicht in der Stadt wieder, weil ich habe jetzt nämlich hier so ein Nest von Aalghoulen gefunden und das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. Äh, was ihr immer hier seht an rote Sachen an dem Rand, das geht ganz einfach wegen dem hier, Toxität. Da ich aber noch Schwalbe eingeworfen habe und es immer noch meine Lebensenergie erhöht, will ich nicht, dass ich jetzt noch einen anderen Trank einnehme, da dieser wieder die Toxität auf Null senkt, aber alle anderen Tränke, äh, ja, alle anderen Tränke bringen wir dann wieder. Ja, nix mehr, die sind dann weg. So, ich glaube, die pressen da gerade was. Ja, und zwar sind das ein Aalghoulen und ein Ghoulen. Ach, Mensch, ich muss mal eindeutig mehr von The Witcher rausschneiden, wirklich. So, ähm, jetzt habt ihr ja gesehen, was die Fächer drauf haben, nämlich nichts. Und jetzt sammle ich einfach noch ein bisschen was von denen ein und dann auch, ja, genau. Dann auch noch ein Toten und Trunken und dann spreche ich noch mit Jewin und dann sehen wir uns wieder in der Stadt. Die eine Minute, was mir jetzt wert. Bis gleich. Ja, Leute, jetzt sind wir auch wieder bei The Witcher. Ähm, ich hab ganz schnell die Aalghoulen getötet, habt ihr ja noch gesehen, und dann die Ertrunken und totet. Das war auch nicht mehr viel. Schnell zu Jewin gegangen und, ja, ich hab ihm dieselbe Antwort gegeben. Hab jetzt nicht irgendwie was anderes gemacht. Und, ja, jetzt sind wir wieder in der Stadt. Und, ja, reden wir mal mit Kalkstein über den Turm und dann geben wir noch die ganzen Aufgaben ab. Und, ja, vielleicht hab ich dann auch bald ein bisschen genug Gold, um mir diese eine Rüstung zu kaufen für 5000 Orans. Ja. Äh, endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Das ist ganz schön. Wenn das Peichern und das Laden nicht so lange gehen würde. Okay. Los, lauf, Gerald, lauf. Okay, was geht mir zuerst ab? Aalghoul hab ich. Ech, nups, hab ich nicht. Die haben mich immer getötet. Da hab ich keinen Bock drauf. Ach, Siegfried wollte das. Ich dachte, das wollte Kalkstein. Ich, selbst wenn, ich könnte es nicht. Gut, ähm. Ich muss zu Siegfried gehen. Siegfried. Ah, nein, erst mal gucken. Äh, langsam lerne ich dazu. Äh, Siegfried. Äh, Siegfried. Äh, Siegfried ist, ähm. Äh, Siegfried ist, ähm. Äh, Siegfried ist, ähm. Gut. Ähm, steht nicht da. Äh, wann er, wann er, wann er zu welcher Zeit, äh, dort an dem gegebenen Punkt ist, wo wir gerade ihn suchen werden. Ich hab auch keinen Plan, wo wir ihn suchen sollen. Siegfrieds Posten gerade aus und rechts muss ich hier runter, oder? Was ist das denn? Ne, muss ich nicht. Andere Seite. Ach, hier, ja. Ja, genau, hier war das. Ach, Lokaltür. Okay. Das klingt schon wieder wie so eine Kneipe. Einmal frei, wir können die Fässer wieder. Oh, als ob ich davon nicht schon genug hätte. Oh, ich wollte gerade sagen, mein Inventar ist doch fast voll. Oh, ich muss da wirklich langsam mal aussortieren. Was brauche ich, was brauche ich nicht. Wirklich. Irgendwas mit Lebensregeneration wäre schon nochmal ganz schön. Ja, ein Mann frei. Wie erwartet, er ist nicht da. Boah. Okay. Die Bücher will ich eigentlich auch noch mitnehmen. Ähm. Ja, schleif mal schön, da haben wir wieder einen Platz frei. Ach, die Schwalbe wirkt immer noch. Ähm. Können wir mal irgendwas raushauen? Ich weiß jetzt, selbst wenn ich wüsste, nicht was. So, Quep. Quep. Äther. Quep. Ja. Doch, davon haben wir genug. Von diesem. Von Nigero haben wir genug, glaube ich. Nee, 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 haben wir nicht. Nigredo. Von Nigredo haben wir nicht so viel. Aber von Äther. Das können wir wegholen. Da haben wir genug. Und eigentlich könnte ich auch das mal langsam wegholen, hier die Feuersteine. Äh, Fistek, das können wir nochmal irgendwie, glaube ich, verkaufen. Ja, dann gucken wir einfach mal. Ich wollte nämlich die... Oh. Was hat der jetzt? Ich weiß es nicht. So, mal ganz schnell eben durchgucken. Durchgucken, durchgucken, durchgucken! Ich weiß es jetzt gerade nicht. Wo sind das verfickte Buchen? Hier ist es. So, lesen, 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 leeeee. Nein, ich bin nicht befallen. Was ist das? Ja, das war das. Vielleicht habe ich es schon gelesen. Okay. Okay. Na, weg war. Ich brauch's nicht mehr. So, mein Party sollte gleich reingestimmt kommen. Ich höre nämlich, er ist gerade da. Ach, dass ich nicht ist draußen. Denn ich mache jetzt hier bestimmt nicht nochmal einen Schnitt. Nein, darauf habe ich jetzt keine Lust. Das ist nämlich so harte Arbeit, die Videos zusammenzufügen. So harte Arbeit. Nein, das geht ganz leicht. Aber trotzdem habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich weiß nicht. Der lernt ihr mal meinen Fatty kennen. Der ist einmal frei. Liste. Hallo? Ja, ich war ausnahmsweise beim Friseur. Das geht nicht. Mensch, wo ist das? Ja, ich war nicht mehr. Das geht doch. Ich denke, das geht nicht. Doch, es geht. Ich nehme gerade auf. Äh, nee. Das ist ja das andere Spiel. Ich mache ja davon jetzt auch nichts. So, ähm. Ja, den such mal als nächstes. Ja, ich war nämlich heute früh mal ausnahmsweise beim Friseur. Wie immer sieht scheiße aus. Nein, jetzt habe ich jetzt leckert. Okay. Ähm. Sieht wirklich scheiße aus. Aber, ähm. Mal davon abgesehen, ich meine. Und jetzt. Mein jetzliche Visage kann sowieso keinen besseren Harschnitt schöner machen. Was ist denn das, warum wir euch das so kriegen? Äh, ich habe da noch schlechte Erfahrungen mit diesen komischen... Bestien, oh, falsch rum. Wo führt der Fall mich hin? Ich weiß es nicht. Ach ja, hier. Ach ja, hier. Im Nuttenviertel. Der, ach ja, das war der, äh, der Freak, der so komisch war. Ach, die, ach, eigentlich sind die alle ein bisschen komisch. Aber, nicht nur ein bisschen. Oh ja, ich hatte ja hier so einen geilen neuen Deutsch. Aber ich benutze sowieso nichts anderes als mein Stahlsperrt und ein Deutsch. Äh, und, und mein Silbersperrt. Also weiß ich überhaupt nicht, warum ich hier so nackst und so ein Deutsch dabei habe. Vielleicht kann ich das auch mal verkaufen. Und wer hätte es gedacht, er ist nicht da. Scheiße, er ist da. Okay, er ist nicht da. Wie viele Aufnahmen habe ich jetzt gemacht? Drei oder vier? Aber ich habe ja schon viel länger gespielt. Deswegen habe ich jetzt auch langsam keinen Bock mehr. Ähm. Ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder, The Witcher. Und dann gebe ich die Scheiße mal bei Kalkstein ab und so und... Und so weiter und so weiter. Freut euch auf mein 100 Abonnenten-Special. Äh, vielleicht werde ich es... vor dem hier reinstellen. Wenn ich es vor dem hier reingestellt habe, dann... Vielen Dank, dass ihr es euch angehört habt. Ja, und... Ja. Dann tschüss, Sikowski.